Die Philippine Football Federation ist der Fußballverband der Philippinen. Geschichte Die Philippine Football Federation wurde 1907 gegründet und trat 1930 der FIFA bei. Nach dem Beitritt zur AFC 1954 folgte 1984 der Beitritt zur AFF als eines der Gründungsmitglieder. Der philippinische Fußball weist eine lange Geschichte auf, die bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurückreicht. Da nach der spanischen Herrschaft über das Land aber die Vereinigten Staaten die Kontrolle auf dem Inselstaat übernahmen, geriet der Fußball immer mehr ins Abseits und Sportarten wie Basketball erreichten höhere Popularität. Lange Zeit hat sich dies nicht geändert, doch in den letzten Jahren erfährt der Fußball wieder einen Aufwind. Nicht zuletzt durch die sportlichen Erfolge der philippinischen Nationalmannschaft. Mitgliedsverbände Es gibt 37 Mitgliedsverbände des PFF. Funktionsträger Präsident Mariano Aroneta Vizepräsident Renato Kosmod Generalsekretär Edwin Gastanes Schatzmeister Juan Miguel Romualtes Vizepräsident 225-155-173-1892-176-177- 226-177-226-255-156-187-175-177-226-267-255-187-268-278-278-236-295-199- sadly, schaue, aber jetzt des Kost". Untertitelung des ZDF, 2020